Herzlich Willkommen und ein fröhliches Moin zu einer neuen Aufnahme, Let's Play Chrono Trigger. Ich habe schon einige Tage nicht mehr gespielt und habe gemerkt, ich habe ja noch den dicken Boss vor mir. Ähm, ja. Ähm. Ich habe Krono nicht dabei, ne? Hätte ich jetzt natürlich hier brauchen können. Hey, hey, hey. Nö, 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 nö. Ich versuche mal ein bisschen was Kampfstarkes mit da reinzunehmen. Die Ladies machen Pause. Äh, Ila erzähl ich mal nicht als Lady. Hallo? Wie, ich kann hier nicht? Hallo? Wie, oh. Achso. Nö. Hä? Ja, ja, hi. Ich wollte vorbei. Ah! Trost-Tyrano. Fünf. Gut, mein Wings. Katte, Drehkick. Quarkendruck. Mehr Schaden bei weniger Lebenspunkte. Hä? Ähm. Ja, keine Ahnung. Schlagblase. Vier. Wie schön, die mal kontert. Das finde ich gut. Hä, 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 hä. Entschuldigung. Dö, 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 dö. Pums. Tausend. Na, haben wir schon mal ein Prozentchen geschafft, oder? Keine Ahnung, wie viel. Dö, dö, dö. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Wie schön, die mal angreift. Finde ich gut. Na, mal ein Rollo-Kick. Ein Rollo-Kick. Hm. Es. Ich. Also, weiß nicht, ob die Folgen noch alle richtig rauskommen. Ich hoffe doch. Weil ich nämlich, ähm. Ja, zurzeit beruflich ein bisschen mehr Stress habe. Deswegen kann ich da gerade nicht, ähm, up-to-date sein. Ich versuch's aber. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Ich versuch's. Hä, 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 hä. Hä? Zoweit ich weiß, war der Tyranno noch gar nicht so stark. Der hat doch bloß so ein 5-4-3-2-1-0-Power-Attacke. Ozi-Punch. Tausend. Einmal schlecker. Nochmal Ozi-Punch. Da brauchen wir eigentlich nicht. Dab-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub-dub. Tja, mal alle nur 700. Obo und Abell haben die gleichen Lebenspunkte. Das hätte ich nicht vermutet. Das hätte ich nicht vermutet. Komm, greif einfach mal an. Jawoll. Null Ähm Ähm Oh Klunk Jetzt zählt er wieder runter, oder? Hoffe ich jedenfalls Können wir nochmal Schleike machen? Kill, non like a schleike Wieso macht er das? Ja, das war jetzt natürlich zu früh Stabulierst du jetzt alle durch, oder was? Also, Belebung Und hier einmal Kraft 2 Auf Jovo Ich lasse mich doch so nicht umkicken hier Fünf. Ja. Ja, sehr schön. Können wir denn jetzt? Ähm, dann würde ich gerne noch einmal... Haben wir noch... Nicht mehr so viel Eta. Da müssen wir demnächst unbedingt wieder welche einhöhlen. Ich freue mich auch nicht mehr, wo wir die einhöhlen können. Mal gucken. Wie schön jemand nachsetzt. Das gefällt mir. Finde ich gut. Mal sehen, ob die... Ne. Zweimal? Wieso zweimal? Achso. Einmal war Konter und einmal war Konter gar nicht sehen. Ähm, können wir was Schönes machen? Dü-dü-dü. Wie er dreckig. Dü-dü-dü. Markendruck. Aber wir haben noch viel Leben. Achso. Toll. Mensch, das hat's ja richtig gelohnt. Ähm, Heilung vorbereiten. Mädchen. Heiler. Ich meine ich. Heilung vorbereiten. Einmal Leuky-Schlecky vorbereiten, ne? Das war's für Frügel-Schleck. Na. Muss ich mir den Kraftstrahl nehmen. Oder den Heilstrahl. Dü-dü-dü. 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 Ich sehe noch Hoffnung. Am Horizont. Alter, 948. Das ist wie veralbern. Äh, nochmal ein Schlecker, bitte. Dü-dü-dü-dü-dü. Ja, da ist aber auch höchste Eisenbahn jetzt gefragt. Das heißt, dass das wieder Schlecken kommt. Und schmeckt's. Genau. Immer, immer Contra. Robo muss noch ein bisschen durchhalten. Wir schleckern lieber noch einmal hoch. So. So. Ja, natürlich. Dü-dü-dü-dü-dü. So, jetzt haben wir's, ne? Ähm. Einmal Belebung. Einmal heilen. Fock hat's ja richtig zu tun. Da muss man wieder ein Eta kriegen. B3. Du hast doch bis 5 gezählt. Genau. Contra. B2. Du bist viel zu schnell. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Ich muss noch dringend einen, einen, einen Eta draufschmeißen. Dü-dü-dü. Eins. Dü-dü-dü. Jetzt warte ich mal. Null. So, danach bin ich dran. Ich bin ja nicht wieder so viel. Alter, 1800 Jahre Schuss, ne? Ich bin irgendwie nicht motiviert, den nochmal zu versuchen. Aber ich weiß nicht, womit. Ich hab mal geladen. Naja, warte. Naja, warte. Warte mal vorbei. Ah. Wir suchen's mal mit den dreien. Vielleicht geht das ja besser. Komm. Ich zeig dir mal ne Attacke. Hab dich schon mal in den Ehren tag. Feuerwirbel. Achso. Feuerwirbel. Hörer, 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 hörer. Schmeißen wir gleich einen Eta oben drauf. Oh, 2000. Der war nett. Können wir den nochmal machen? Da, 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 da. Noch ein Feuerwirbel, bitte. Was bewirkt Wasser 2? Mal gucken. Nur mal neugierig. 2000 ist aber nicht schlecht. Das sind jetzt 4000. Das ist ein bisschen pupsig. Ah, ich will drei. Schutz wär jetzt gut, ne? Kann man hier irgendwo Schutz drauflegen? Mal gerne Schild. Gib Luca mal ein Schild. Ich weiß nicht, ob's was bringt. Die Frage ist, ob das jetzt ein Schadensschild ist, vor physischem oder vor magischem Schaden. Ich glaube, ich hab noch mehr Schilder, aber ich... Mal her, das ist besser, ne? So, jetzt haben die beiden ein Schild. Da, 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 da. Da, da, da. 200, 200, 300, ja, das geht. Aber er wird stärker, glaub ich. Der hat doch schon 6000 verloren. Da, 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 da. Oh, die haben keine EP. Eta, Dings. Eta, Peter. So teuer, das Zeug. Das war klar. Das war sowas von klar. So. Tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tüm. Halalalalaala. Ja, tschüss. Mehr als 360 bitte nüsst. Feuerkraft stärker? So, jetzt würde ich aber auch gerne mal wieder mitmachen wollen. Ja, komm, jetzt bin ich aber wieder dran. Hallo. Mitmachen. So, 6.000, 8.000 müssen wir doch schon haben. Danke, 10. Keine Ahnung, wie viel er aushält. Da, 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 da. Kann Luca vielleicht Schutz zaubern? Macht Ayla mal eine normale Runde? Frog auch. 2. Luca, du zauberst mal Schutz, bitte. Auf dich. 11.000? Ich zähle mal so ein bisschen mit. Ich zähle deine Angriffe stärker. Mal sehen, was der Schutz von Luca aus macht. Nichts. Macht einfach nichts aus. Das bringt ja überhaupt nichts, hier zu heilen. Wo ist denn Lapis her? Lapis, schnell. Oh. Das war so klar. Das war so klar. Ah. Gleich habe ich wieder keine Punkte. Äh. Leben. Oh, Mann. Darf ich mitspielen? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wieso denn jetzt drei? Du musst mal bis fünf gezählen. Ach komm, lass mich mitspielen. Noch ein Meter? Ich glaube, das ist zu heftig. Eins. Schade ich nicht. Komm schon, lass mich. Jetzt hat er aber schneller als 0 gemacht, als ich wollte. Ich mache gleich mal ein Schlecker oben drauf. Alle tot? Alle tot. Der hat mit jedem 5, 4, 3, 2, 1, 0 hat er mehr Schaden. Da muss ich den in zwei Runden oder drei Runden schaffen. Das geht nicht. Ich werde abhauen. Ich muss hier nochmal raus. Ich habe keine andere Wahl. Schade, denn ich war eigentlich gewillt, das hier zu packen heute. Das ist ja doof jetzt. Und ich habe wieder nicht gesehen, wie lange ich würde schon aufnehmen. Wunderbar. Dam, dam, da, 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 da. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo lang. Hier war ich schon mal. Es gibt noch Wege, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, ich sehe die heute. Lag da gerade was? Ich glaube, ich sehe die heute auch nicht mehr. Jetzt komme ich da nicht mehr rein, ne? Natürlich. Weißt du was? Hier. Nochmal. Ja, bisher haben wir heute noch nichts geschafft. Eigentlich finde ich die Aufnahme gar nicht machen müssen. Doch. Es ist nie was umsonst. Hier lag doch irgendwo was, ne? Ne. Wo war denn das jetzt? Noch ein hoch? Hier? Eine Kraftplatte gefunden. Jetzt mal für Doofe. Was, äh, das bringt auch so einen permanenten Schub, oder? Attack. Magie. Gut. Brauchen wir jetzt noch nicht. Das möchte ich eigentlich so ziemlich zum Schluss machen. Um die fehlenden Fähigkeiten dann noch zum Schluss aufzustocken. Was? Zornband 2. Was macht das? Was? Ermittelt Triple Tech. Ermöglicht Omega-Fackel. Und wie? Und was? Und wie? Aber... Yuka Robo. Kann ausrüst. Yuka oder Robo. Und wer ist der dritte? Yuka, Robo und... Tja. 80% Chance auf Gegenangriff. Und was trägt die Frau hier? Die Ayla? Zornband. Hallo? Nee. Nee. Auf jeden Fall. Und was macht das andere Zornband? 50% Chance. Was macht die Goldnadel? Ich muss nochmal gucken, was die Goldnadel macht. Goldnadel. Weniger MP-Verbrauch. Ja, das habe ich gemerkt. Das war ganz gut. Aber ich denke, das Zornband ist besser. Aber nicht bei ihm, oder? Doch, ich kann es erstmal nehmen. Ich habe beide umhert 56 Angriff. Nur Frog hat noch mehr. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Crono. Vielleicht sollte ich mal die Hauptstory weiterspielen, mit dem Crono... mit dem Crono. ...gekommen. Ja. Haben wir es denn jetzt? Ich wollte ja... Darf ich denn auch mal? Hallo? Ihr seid aber schon fertig da drüben, oder? Ich versuche jetzt wieder hier aus dem Labyrinth rauszukommen. Voll der betriebene Zauber bei dem einen kleinen Monsterchen. Ich habe bestimmt noch 20 Lebenspunkte gehabt. Schülf. Aha. Ach, jetzt bin ich hier, okay. Gut, denn wann das andere ja alles fallen. Das heißt, ich war hier schon richtig beim Ausgang, der muss das komische Armband verpassen. Da soll ich nicht lang gehen. Ich versuche, die mal zu vermeiden. Ich muss ja nicht alles mitnehmen. So, es wäre mir ein Plaisir, wenn hier keine Monsterchen mehr wären. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie noch nach oben. Nach droben. Deh, 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 deh. Ja. Hier komme ich doch aus, oder? Sag mir, dass ich hier rauskomme. Machen wir hier irgendwann andere nochmal, das ist komische Höhle. Wenn ich hier ganz raus bin, muss ich natürlich alles nochmal machen. Es sei denn, es gibt Stellen, wo ich noch gar nicht war. Ach, Künnel. Kann man euch alle so angreifen vielleicht? Ja, kann man. Die haben doch bestimmt alle tausend Leben. Schön. Komm, greif nochmal entgegen. Auch schön. Das macht ja alles fertig. Soll ich das ein bisschen vorspulen? Nö. Wie soll ich denn die Folge nennen? Keine Ahnung, Flucht nach vorne. Auf jeden Fall haben wir nicht wirklich was geschafft. Weil das Problem ist, dass wir es in drei Runden schaffen müssen. Und da fehlen uns eindeutig diese komischen Extra-Zorn-Dinger. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So. Dann. Hä? Oh. Warum nicht? Kann ich einfach nicht mal machen. Ich würde ja gerne mal wieder raus, ne? Na, Katze. Kommen die hier wieder? Sprüche ich das mal vor. So. Wir haben es ja gleich geschafft, ne? Ich lasse euch jetzt wundern, wieso passiert denn hier so komische Sachen? Ja, manchmal muss man halt auch mal Initiativ ergreifen. Ah, hier bin ich richtig. Rosttyrann. Ich konnte nicht ahnen, dass das so schwer wird. Jetzt hauen wir auch noch ab. Äh, was ist denn das? Aber bevor ich das mache, muss ich erst mal einkaufen. Schön auf dem Brunnen. Wohnhaus, Café, Stübchen. Ich brauche einen Laden. Ich brauche einen Laden. Da. Das ist aber teuer. So. Kommt rein noch. Ja, das sollte eigentlich reichen. Achso. Benachten müssen wir auch noch. Ne, in der Stube, bitte. Gut, ich mache jetzt mal ein Päuschen. Das nächste Mal versuchen wir hier in 600 noch diese andere Ecke da fertig zu machen. Ich sage erst mal tschüüüß. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal.